Das ist das Asus 370T. Diese super elegante Schutzhülle gehört nicht zum Lieferumfang dazu. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, dass so Leute wie wir von der Future-Sonders-Gerät nicht gleich mit nach Hause nehmen. Und es ist mit doppelseitigem Klebeband gesichert, weshalb wir es auch nicht entfernen dürfen und können. Es hat einen Quad-Core-Prozessor, ein Tegra 3. Sollte deshalb viel schneller sein beim Websurfen. Natürlich ist das jetzt hier ein Prototyp, deshalb kann man das jetzt noch nicht ganz fix sagen, ob das so super toll ist, wie Asus es auch meint. Zumindest geht es schon mal im Querformat zum Wechseln. Ansonsten 7 Zoll Display. Es funktioniert auf Ice Cream Sandwich. Wie man es vom HTC Fly auch schon kennt, gibt es eine Funktion, mit der man einen Screenshot machen kann und dann diesen Screenshot bearbeiten kann. Ich bin leider kein sehr begabter Künstler, wie man hier sieht, aber das kann ja mit etwas wie wohl noch werden. Als kleinen Trost dafür, dass das richtige Tablet in der Kindersicherung steckt, gibt es zumindest einen Dummy. Also den kann man auch von der Rückseite bewundern. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020